In anderen Ländern ist es ja viel schlimmer. Also hier ist es noch verhältnissweise gut, sehr gut. Was ist eure Meinung zur Terrorattacke in Mannheim, wo der Polizist verstorben ist? Ja, mein Beileid auf jeden Fall für den Polizisten. Ich habe es auch mitbekommen. Ich habe alles gesehen, das Video und so. Ja, es ist halt schon schrecklich. Was sagst du? Das geht halt gar nicht. Wie könnte man das verändern, dass so etwas nicht mehr passiert in Deutschland? Boah, ich weiß es. Also ich würde vielleicht, wenn ich jetzt Polizist wäre, mehr streifen oder so. Oder generell so Kontrollen mehr machen, weil Messer und so mit sich führen auf offener Straße ist jetzt schon nicht gut, finde ich. Ja, aber jeder kann ein Messer kaufen. Also ist halt schon schwierig. Aber da waren gefühlt, glaube ich, zehn Polizisten mit fünf oder sechs Büsse. Es waren schon viele da. Ja, fühlt ihr euch noch sicher in Deutschland nach der Situation oder eher nicht? Also es geht, ja. Also es war ja Mannheim und so. Er ist nicht weit weg. Aber trotzdem, es gibt auch viele, die sowas hier auch in der Nähe machen, wo man mitbekommt. Und ich meine, der Typ hat ja, ich glaube, Schuss im Bauch bekommen danach. Ja. Wo ich sage, der hat einen Polizisten umgebracht. Also in anderen Ländern hätte man ihn erschossen. Da hätte zum Beispiel Amerika, der hätte das ganze Magazin einfach in den Körper reingedrückt bekommen. Deine Meinung zu der Situation in Mannheim mit der Messerstecherei? Richtig unnötig. Deswegen ist der Bild von Muslimen so jetzt schlecht. Wie denkst du, könnte man das in Deutschland verändern, dass sowas nicht mehr passiert? Ähm. Einfach Politiker sollen nicht so gegen Muslime und so gegen andere Ausländer so sein. Gegen Islam generell und so? Ja, genau, genau. Fühlst du dich denn in Deutschland noch sicher nach der ganzen Situation? Äh, ich weiß nicht. So... Ja oder nein? So mittel, mittel so. Mittelmäßig? Ja, so bei manchen Orten so nicht so, aber so in Kaislautern, ich fühle mich so schon sicher. Welcher Ort fühlst du dich nicht sicher? So Mannheim so zum Beispiel. Ich habe ja auch damals da gewohnt. Ich weiß da, wie ist es so. Fühlst du dich in Deutschland überhaupt noch sicher nach der Situation, was in Mannheim passiert ist? Ja, selbst. In anderen Ländern ist es ja viel schlimmer. Also hier ist es noch verhältnissweise gut, sehr gut. Ja, schon. Denkt ihr, man könnte daran was verändern, was passiert ist oder ist das einfach normales Gang gehen mit Deutschlands schon? Was will man da machen? Man kann ja nicht... Ich würde da nichts dran ändern. Wie würdest du das verändern, weißt du? Kann man nicht verhindern. Der hat sich entschieden, den jetzt abzustechen, der sticht den ab, auch egal was passiert. Er wurde das ja sowieso streichen. Messer kann man überall kaufen, also das ist so eine Sache. Umweltenküchenmesser, genau. Man kann nichts dran ändern. Für wen würdet ihr jetzt wählen, in der Hinsicht, durch die Situation? Keine Ahnung. Ich bin da zu unbewandert. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist es besser, ich halte mich raus. Ich mache da nur schlechte Sachen. Ich will meine politische Meinung nicht geben. Ich will die für mich beiden. Deine Meinung zur Situation, was in Mannheim passiert ist, mit der Messersteckerei, wo der Polizist verstorben ist? Ja, finde ich traurig. Aber man muss wissen, was er für einen Hintergrund hatte. Er sollte sich entschuldigen bei allen Afghanen, die hier friedlich leben, dass ein Hass nicht entsteht. Und eben dann kriegt er vielleicht ein paar Jahre lassen. Nicht mehr lebenslang, sondern nach zehn Jahren kommt er raus und kann man ihn abschieben und so nach Afghanistan. Er interessiert uns eh nicht mehr. Es ist traurig. Aber man darf jetzt nicht. Kein Ausländerhass. Er hat ihn damit noch mehr geschürt. Bei mir nicht, aber bei doofen Leuten eben schon. Das ist meine Meinung. Fühlt ihr sich denn in Deutschland noch sicher nach der Situation, was passiert ist? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind ja nicht alle bescheuert und bekloppt. Es gibt ja auch Deutsche, wo man aufpassen muss. Also da darf man sich nicht verängstigen lassen. Weder Frau noch Mann, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben hier eine freiheitliche, demokratische Ordnung und die lassen wir uns von niemandem versauen. Auch nicht mit Gewalt. Meinung zur Situation, was in Mannheim passiert ist, wo der Polizist verstorben ist wegen der Messerstöcherei? Finde ich eine ungehörige Sache. Ist eine scheiß Aktion. Sag ich ehrlich, wie es ist. Hätte man hätte machen müssen. Ja, die Polizei ist heute total scheiße. Da, wo man uns manchmal bräuchte, ist sie nicht da. Fühlt ihr euch in Deutschland denn noch sicher nach der Situation, was im Mannheim passiert ist? Klar fühlen wir uns sicher. Wir können uns auch selber verteidigen. Aber wir würden es schätzen, wenn die Polizei uns nicht als Junkies abstempelt, obwohl wir gerne was zu uns nehmen, wie Alkohol, sogar was zu rauchen, obwohl es jetzt endlich legal ist. Und wir lange darauf gewartet haben, dafür lange gekämpft haben und dass die Polizei uns nicht als Kriminelle abstempelt. Wir sind normale Menschen, die sich halt um ihr Leben verteidigen, weil wir nicht viel haben, weil wir nicht viel erreicht haben und es einfach schwierig ist. Weil die Politiker, sag ich auch, wie es ist, nicht helfen. Du schmerzt viel. Ich schließe mich dem an. Schließe dich an? Ja. Definitiv die Politik. Wenn alles hier gut laufen würde, gibt es keine Armut oder sonst irgendwas. Menschen würden nicht so hungern oder sonst irgendwie, weil das tun sie. Ich sehe mich selber so. Ich hatte immer auch alles mit Gertrisch scheiße. Ich sage, wie es ist. Das wäre nett, wenn die Politik sauber wäre oder eher gescheit wäre. Also würde ich mir Gedanken machen. Wen würdet ihr wählen nach dieser Situation, was im Mannheim passiert ist? Wir würden für keine Politiker wählen. Wir würden für unsere Einheit, für unsere Fall und unsere Zusammenhalt selbst mit den Ausländern zusammenhalten wollen. Wir haben keinen Bock auf Streitigkeit, Stress, Stecherei, Mörderei oder irgendwas. Wir wollen einen Zusammenhalt. Und das ist das, was seit Deutschland seit Jahren fehlt. Hat er recht. Das Zusammenhalt fehlt. Das ist nicht mehr das, was es war. Aber die Politik hat einfach nur versagt. Komplett. Komplett. Aber wir würden für niemanden wählen. Nein. Einfach. Nein. Es gibt momentan niemanden gescheites. Musst du da sagen. Es gibt überhaupt kein Gescheites. Die haben alle keine Ahnung. Die haben keinen Kopf. Die haben keinen Plan. Die scheißen auf unser Volk. Auf die Minderheit. Egal was rüberkommt. Wir sind eine Einheit. Ganz krass gesagt jetzt. Die Deutschen hocken auf der Straße. Und was kriegen die Asylbewerber? Die kriegen alles nachgeschoben. Er sagt sogar Mama zu mir. Was sagen Sie zur Situation, was im Mannheim passiert ist? Mit der Messerstecherei. Ja, scheiße. Das ist einfach nur scheiße, dass es sowas auf der Welt noch gibt. Das ist eine kranke Welt geworden. Mehr sage ich dazu nicht. Und was könnte man dagegen verändern, dass es nicht mehr in Deutschland passieren sollte? Das wird in Deutschland nicht passieren, weil alle Leute, sage ich ganz ehrlich, nur noch auf sich gucken, nur noch für sich selbst interessieren. Und solange nicht, sage ich mal so, Liebe den anderen Menschen da ist, wird auch keine Ruhe einkehren. Also ich sage ganz ehrlich, man soll jeden Menschen so akzeptieren oder so lieben, wie er ist und nicht aboklaufen. Also Deutschland ist Multi? Ganz genau. Eure Meinung zu der Situation, was im Mannheim passiert ist, wo der Polizist verstorben ist? Hätte nicht sein müssen. Ich finde es traurig, einfach. Versorgung von Politik. Fertig. Also ich weiß nicht, ob die Politik jetzt was dafür kann. Da waren genügend Polizisten da. Bloß, dass ich denke, die Angst der Polizisten ist zu hoch. Die Polizei ist nicht genug ausgebildet, ist ganz einfach. Weil, ich sage mal so, es ist kein Problem. Verschiedene Mentalitäten, Wohnen, Offen, ne? Das ist doch logisch, dass da nur kracht. Also man muss mal die Polizei ein bisschen besser ausbilden auch, dass die besser körperlich engreifen können, sage ich mal. So wie in anderen Ländern oder so, wo es gefährlich ist. Fühlen Sie sich immer noch sicher in Deutschland durch die Situation oder eher ist es eingeschränkt? Nein, es ist nichts Neues. Also sicher fühle ich mich nicht, aber es ist keine neue Situation jetzt. Also zu früher ist es ein Unterschied. Zu früher? Es ist ein Unterschied. Ja. Was ist eurer Meinung nach eine Sache, die man verändern könnte in Deutschland, dass das vielleicht nicht mehr so oft passiert oder gar nicht mehr passiert? Bessere Grenzkontrollen. Bessere Grenzkontrollen? Dass zum Beispiel bessere Grenzkontrolle und wie gesagt, besser die Ausbildung, ein bisschen körperlich, ein bisschen besser, dass die schneller reagieren einfach. Ja, weil ich fand, dass jetzt der Mensch mit dem Messer da rum ist, aber die Polizei war einfach in dem Moment mit sowas überfordert, weil das gibt es ja eigentlich so gar nicht.